Das kommende Album trägt den Titel Bärenstark Weihnachtszauber. Das Album erscheint voraussichtlich am 21. Oktober über das Label Neatron Media. Alle weiteren Informationen zu dieser Veröffentlichung, die Vorbestellungslinks und die Titelliste findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr auch in Zukunft immer über neue Veröffentlichungen informiert werden wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt.